Ja, ich hab keine Waffe, Digga. Ich auch. Hast du keine? Woher denn? Ja, hast du nicht gesagt, du hast ne Schrotflinte gefunden? Was bildest du dir denn ein? Ich hab verstanden, ich hab Schrot. Digga, ich hab schon mal Munition. Oh nein, bin ich lost. Hab nen Bot gekillt. Der hat ne Schrotflinte gehabt, ne blaue. Weiß. Oben im Haus. Ein lilanes Jagdgewehr. Ja. Hä? Noch nicht gesehen? Nein, drop mal. Hat's ein anderes Design? Weiß nicht. Macht 96 Schaden. Ja, nimm mit, Digga. Ich nehm mir das blaue. Das ist ein anderes Jagdgewehr. Ja, mir gibt er leeres, der heutiger Typ. Was ist das hinter dir, Digga? Was rot ist? Und, komm her. Guck mal hier, was denn noch drop? Ist die Granatwärm, weil ich nehm die Palm? Nice, Digga, ja. Aber guck mal, er hat noch ne Tresorkarte, Digga. Ja, nimm die mit. Wo ist Tresor? Das zeigt er mir nicht an. Doch, Linke, Linke, L2. Hier. Hier, Digga. Hier. Ah, hier. Nice. Geil. Und nächste Runde, wenn wir hier sind, kriegst du die Palm und ich nehm die Granatwerfer. Ist er unendlich oder so? Oder was hat der Spezielles? Ne, Digga, aber... Er macht keinen Schaden. Er ist nur ein Bug. Ehm, Biggie? Splashies? Splashies, Digga, wenn du mitnehmen kannst. Soll ich Splash mitnehmen? Du nimmst das? Fische? Ich nehm vier und du nimmst zwei. Oh, sorry. Ja, was soll ich weglegen, Digga? Pump, Jagdwärm, 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 Digga. Ja, nimm dann die Granatwärm, Digga. Ich nimm die Granatwärm, Digga. Jo, komm. Einziger grüner AR. Aber das andere brauchen wir nicht mehr, ne? Hier zu looten mäßig. Oh mein Gott, hier sind auch normale Thronen. Guck mal. Ah, hier ist zum Scannen, okay. Hab einen. Einer bei dir. Der hau es ab, hier. Ja, dann ruhig sein Mate. Ja. Was noch? Ah, Digga, der macht, der Granatwärm macht so mäßig. Ehm, guck hier. Was macht der Granatwärm, ich hab's nicht gesehen. Wie heißt das, Digga? Er fördert einen weg. Guck jetzt. Ah. Aber Baba auch für Zone, Digga. Ja, normal. Weil zieht er ab. Ab ihn. Da vorne, da hin. Grappler kann zuhaven von mir aus. Ja, ne, ne, nehm, nehm, Digga. Ich will den nicht. Äh, dann lass ich sechs Minis. Nimm seine Skars, Digga. Wow. Ja, guck mal, du kannst danach Hängegleiter machen, wie Dings. Gies Bettend, Dings. Scheiße. Aber guck mal, Digga. Ha. Beste Waffe, Digga. Guck mal. Guck mal, Digga. Wirst du sie behalten auch? Die Reise, die öfter benutzen, würdest du die öfter benutzen? Besser gesagt. Ja, Digga, warum nicht? So für Zone und so. Auch Leute, auch Leute in die Zone schleudern. In der kleinen Zone nachher. Ach, Grappler, du hast hier automatisch Dingsmo. Automatisch Hängegleiter. Vom Landen, das ist Fallschaden, ist gar nicht möglich. Ey? Oh mein Gott, geht noch bei mir. Ja, man kommt da runter, Digga. Hab einen. Hast du noch Minis? Brauchst welche? Er hat mich. Scheiße. Warte, warte. Er muss sein Mate eh heilen. Er muss sein Mate eh heilen. Hab ihn. Ja, moin. Ja, komm, welche hinter mir? Hier hoch. Jo. Er hat noch Fische, Digga. Gönn dir einen. Zwei, wie viel hat er? Zwei. Nimm den anderen, nimm den anderen. Oh, ich seh den nicht. Die letzten DOS. Hab einen. Push, 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 push. Ein Gamer Navi 27. Hab ihn. Nice, Digga. Ich kann nicht tanzen, Digga. wife. daughter. going to be. Ich weißes 11. Er war. D